Nagi Pava Asana, die Stellung des Yogi Nagi Pava. Raffaella von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Von der sitzenden Stellung ausgehend, gib die Fußsohlen zusammen, sodass die Fersen 30 bis 50 cm vor dem Becken sind. Dann gibst du die Ellbogen auf die Knie und senkst die Hände. Dann gibst du den Kopf auf die Füße. Diese Stellung nennt sich Nagi Pava Asana, benannt nach einem Yogameister, der Nagi Pava heißt. Nagi Pava, einer der großen Yogameister. Und diese Stellung symbolisiert das Nach-Innen-Gehen. Es ist ein gutes Asana, um die Hüftflexibilität zu entwickeln, um dich zu öffnen vom Beckenbereich her. Ein gutes Asana auch für innere Ruhe und Pratyahara, das Zurückziehen der Gedanken nach innen. Durch Nagi Pava Asana wird der Geist in eine meditative Stimmung versetzt und danach kannst du gut meditieren. Mehr Informationen über Nagi Pava Asanas und alle anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Das ist einrinauss mit der SchifteSL. Wahr helpful für die Frürcher Thai. Das ist ein Schiff für enthalten.